Das Warten hat für die GZSZ-Fans nun endlich ein Ende. Nach langem Hin und Her haben Moritz, Lennart Borchert und Luis, Mark Weinmann, wieder zusammengefunden und feiern ein Liebes-Comeback. Wie es jetzt weitergeht und was die Schauspieler darüber denken, gibt es im Video zu sehen. Lennart Borchert und Mark Weinmann freuen sich über ihre gemeinsame Drehzeit bei GZSZ. Jetzt wo Luis und Moritz wieder glücklich vereint sind, haben auch Mark und Lennart allen Grund zur Freude. Natürlich freue ich mich über das Liebes-Comeback der beiden sehr. Meiner Meinung nach ergänzen Moritz und Luis einander und geben zusammen einfach ein schönes Paar ab. Die Vielfalt und gute Stimmung der beiden hat im Kiez einfach gefehlt. Ich freue mich auch persönlich über ein paar mehr, gute Zeiten und wieder mehr mit Lenny drehen zu können. Im Zuge dessen wird unsere Freundesgruppe mit Jonas wieder aufleben. Unsere Dreier-Szenen haben mir wirklich gefehlt, so Mark. Und auch Lennart findet, ich freue mich total. Endlich wieder mit Mark drehen. Endlich geht's den beiden wieder gut und endlich gibt's wieder Lumo und noch mehr Liebe am Set. Lacht. Ein Happy End braucht bei GZSZ seine Zeit. Bis zum Happy End der beiden hat es jetzt ja ganz schön lange gedauert. Aber manchmal braucht Liebe halt auch seine Zeit. Wie Mark findet, beide haben diese Zeit gebraucht. Um sich einiger Dinge bewusst zu werden. Vor allem Moritz, der lernen musste, dass das schnelle Geld im Leben nicht alles und die Liebe zu Luis ihm wichtiger ist. Er war in einem Strudel gefangen und musste erst alles verlieren, um sich bewusst zu werden, wie erfüllt sein Leben eigentlich war. Auch Luis musste für sich rausfinden, was Liebe für ihn bedeutet, und erkennen, wie wichtig Moritz für ihn ist. Mit den neuen Erfahrungen der beiden können sie gestärkt in den Neubeginn starten. Die AutorInnen wollten ein Happy End erzählen. Dafür braucht man Zeit und das geht nicht immer schnell schnell. Zeit heilt alle Wunden. Lacht, so Lennart. Lennart Borchardt ist kein Fan von aufgewärmten Beziehungen. Mit ihrem Liebes-Comeback wagen Luis und Moritz einen zweiten Beziehungsanlauf. Genau das könnte sich Lennart Borchardt im wahren Leben nicht wirklich vorstellen, wie er im Interview verrät. Ich gönne es jedem, der oder die so glücklich wird und bei denen es gut geht. Bei mir allerdings weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ich denke eher nicht. Es gab ja jedes Mal Gründe bei mir, warum eine Beziehung vorbei war. Aufgewärmte Beziehungen, hört sich schon ein wenig unappetitlich an. Lacht, ich glaube, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, und manchmal wächst man auch an Fehlern und harten Zeiten. Bei Luis und Moritz war es sinnvoll, eine Pause zu machen, um neu zu erkennen, was sie an dem anderen haben und warum sie doch zusammengehören. Sie hatten sich in einigen Punkten auseinandergelebt. Die Frage ist immer, sind beide bereit an sich und ihrer Beziehung zu arbeiten und vielleicht auch die bisherigen Strukturen der Beziehung zu überdenken? Dann sollte nichts einem, wieder aufwärmen, im Wege stehen, so mag. Für Lennart Borchert könnte es privat nicht besser laufen. Neben der Romanze bei GZSZ ist Lennart Borchert auch privat mehr als glücklich. Dazu verrät er, mit meiner Freundin Luisa läuft es sehr, sehr schön. Wir fahren bald ein paar Tage zusammen weg. Darauf freuen wir uns schon sehr. Und unser kleiner Hund Ace wird immer größer. Er wurde gerade geimpft. Da ging es ihm nicht so gut. Aber wir als Familie haben natürlich zueinander gehalten und uns gut um ihn gekümmert.